Was geht ab, Leute? Heute ist es soweit, Kasper und ich müssen es probieren, eine gefährliche Straße zu überleben. Dort sind riesige Berge und ganz viele Klippen. Wir müssen es schaffen, zum geheimen Haus am Ende zu kommen, ohne drauf zu gehen. Können wir es schaffen? Lass jetzt auf jeden Fall mal einen dicken Daumen nach oben da. Lasst uns heute mal die 1000 Likes schaffen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Alles klar, Kasper. Was haben wir hier vor uns? Eine gefährliche Straße? Wir haben eine ganz, ganz verrückte Dangerous Road sicher gerade. Oh mein Gott. Ich sehe erst, wie tief das da runter geht. Es geht sehr, sehr tief darunter. Okay, denn das heißt ganz... Ich meine, mein Auto ist ja so ein Geländewagen. Also eigentlich muss es ja dafür gemacht sein. Pass auf, pass auf. Hör doch auf. Was machst du? Okay, warte. Nicht ineinander crashen. Die Autos müssen noch heile bleiben. Ja, okay, du hast recht. Du hast recht. Okay, okay, kein Problem. Auf einmal crashen wir in die Seite rein. Das bezahlst du mir. Ich wollte dich ja vielleicht einfach nur runterschubsen. Mehr auch nicht, Kollege. Pass auf, da sind so Matschlöcher. Kann man irgendwie Licht abmachen? Geht das? Nee, nee, wir haben hier kein Licht, kein Licht, leider. Wir haben hier kein Licht. Okay, warte, geht es hier. Oh Gott, oh Gott, wo fahren wir denn? Bro, wir haben doch noch auf jetzt. Ich hoffe, du fällst runter. Oh Gott, ich will nicht runterfallen. Okay, ja, okay. Das war nur ein kleiner Test, ob du auch wirklich da bist. Digga, also wirklich, was soll das die ganze Zeit? Natürlich bin ich die ganze Zeit da. Ich rede doch mit dir. Na gut, okay, dann komm, dann fahren wir mal los jetzt hier. Alter, das ist echt riskant hier. Ohne Probleme. Ey, was soll das? Tja, sowas, Kollege, nennt man dann ganz schnell Karma. Mann, Bro, weißt du, weil du mich die ganze Zeit angegriffen hast, Digga, musst dich auf einmal auch angreifen. Guck mal, jetzt fahr ich ganz entspannt hier. Und wie heißt das, was soll ich machen? Wie komm ich wieder hoch? Ja, jetzt musst du dich ja wieder neu spawnen, ne? Hey, nein. Nein, 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 ich fahr jetzt eh grad runter. Aua. Dass du schlecht bist. Verdammt, Alter, mein Auto ist komplett kaputt gegangen gerade. Ich zeige dir immer, wie das geht. Mein Auto ist eigentlich Geländewagen. Würdest du die ganze Zeit nicht so rumratschen? So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Ich komme jetzt hier gerade zu dir mit meinem richtig, richtig coolen Auto. So. Ah, nein. Als ob du schon wieder runtergefallen bist, alleine. Nein, gar nichts los. Ich bin nicht runtergefallen. Alles gut. Ah, da hast du hier einen Checkpoint gemacht, ne? So ein Ding oder so. So, mach ich mir auch einen Checkpoint hin. Kein Problem. Mach das. Es geht hier auf jeden Fall weiter. Das sieht irgendwie krass aus. Ja, ja, hier ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Strecke. Und wir müssen probieren heute bis ganz zum Ende zu kommen. Oh, ab jetzt! Ey, nein. Ich hab's doch gesehen, wie du beschleunigt hast, Digga. Ich wusste es, wenn du mich runter schubs willst. Ich wusste es. Mann. So schnell geht es nicht. Das nennt man ganz schnell Karma. Ne, kein Problem. Ich war einfach nur zu schnell, ich bin nur zu schnell die Kurve gegangen, ne? Ja, 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 ist klar, ist klar, ist klar. War gar kein, gar kein... Guck mal da oben mit deinem Rentnerbrust, Digga. Du brauchst ja auch 10... Ja, Alter, die Straße wird voll schwierig hier, sehe ich gerade. Alter, hier sind auch voll komische Dingens. Safe, safe. Aber das ist auch gerade alles erst noch der Anfang, ja? Die wird immer krasser werden. Mal gucken, wie wir da überall kommen. Ja, ich weiß. Ja, warte noch mal auf mich. Kann sein, dass du nicht auch rausziehen musst mit dem Seil oder so, ne? Nee, also du bist der Letzte, den ich rausziehen würde mit dem Seil. So, was soll das? So. So, okay, weiter geht's jetzt hier mit der Straße. Oh Gott, rauf! Ich muss, dass du ankommst. Oh mein Gott. Ach, du, also... Hä? Oh, RR, gerettet, Digga. Hast du den Reifen verloren? Nee, du hast hinten den Reifen verloren. Nee, das ist einfach alles verbogen und verbeult. Aber ab jetzt! Geh angeschehen fürs Retten. Lass das! Oh nein! Wow! Alter! Wie du runtergefallen bist! Oh, mein Auto ist so schrott, Digga. Hier ist auch so viel Wasser unten. Okay, pass auf. Nein! Ich fahre jetzt hier ein bisschen entspannt. Land lang, ne? Ich hole schon, ich hole schon. Oh, du bist so weit... Bist du ja ganz hinten, oder was? Ich bin übel, Zeitwerk. Ja, ich hätte mir ja früher einen Checkpoint setzen sollen. Ich bin keinen Checkpoint gemacht, ne? Oh! Oh nein! Nein, mein Checkpoint ist jetzt an einer ganz blöden Stelle! Oh Gott! Oh nein! Oh Gott! Oh nein! Oh, verdammt, ich war zu schnell! Bro, mein Checkpoint ist jetzt... Ich fahre jedes Mal runter, hier! Jetzt sieht den Falschgesetz aus Versehen! Ja, du musst links gedrückt halten. Du musst links gedrückt halten. So, dann fahre ich hier ein bisschen zurück. Ah, okay, 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 danke. Ich komme mal zu dir, ich komme mal zu dir, ne? Ich komme mal zu mir gefahren, hier. Ich gucke, was du jetzt hier gerade vor hast. Wo bist denn du? Da hinten noch? Hier oben bin ich. So, ich komme, ich komme jetzt, ich komme. Warte, ich komme mal zu dir hier. Aber nicht crashen jetzt! Ich sehe dich da sogar. Ja, ja. Okay, ich bin direkt neben dir, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier bin ich eben runtergefallen. Also, da musst du noch ein bisschen aufpassen. Ich sehe auch gerade, dass die Straße hier übelst dünn wird. Na ja, die wird hier, genau, hier ist einfach die Straße kaputt gegangen, ne? Die ist hier einfach kaputt gegangen, Kollege. Oh Gott, wie schnell fährt denn das Teil? Ich glaube, du bist ein bisschen zu schnell. Ich glaube, ich bin genau nicht zu schnell. Nein, ich auch. Ich glaube, die ist zu schnell. Ich glaube, die ist zu schnell. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger fahren. Ich weiß, ich weiß. Bisschen ruhiger, bisschen ruhiger. Okay, du bist jetzt da vorne, ne? Das wird auch so krass. Okay, warte mal. Ich glaube... Ja, 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 ja. So. Okay, ich bin ja da hier. So, direkt neben dir. Oh, das wackelt! Nein, du fährst wie zu schnell, Kollege. Easy, easy. Ich fahre jetzt hier ganz entspannt. Ey, jetzt wird es voll zu so einer Dschungelroad. Oh nein, das ist so drutschig, ne? Okay, warte. Ey, dein Auto ist so langsam, Bro. Du brauchst ja zehn Jahre, bis du hier bist. Ich bin doch direkt hier. So, ja, sehr gut. Alter! Ja, Karma. Alter, guck dir meinen Reifen an hinten. Alter, du bist richtig verboilt hinten, ne? Okay, warte, ich bin direkt hinter dir. Das gehört so. Das gehört so. Ich bin direkt hinter dir, ne? Das ist so ein Offroad-Auto. Aber ich muss sagen, mein Auto schlägt sich hardcore krass. Das ist übelst gut am Start. Oh, 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 oh. Oh, nee. Okay, mein Auto liegt gerade. Oh, mein Auto ist so krass. Warte doch mal auf mich. Du fährst ja immer weg. Du brauchst ja zehn Jahre. Ja, ich bin mir noch runtergefallen. Dann hol dir mal was schnelleres. Du musst viel zu lang sein die ganze Zeit. Ich liebe es, wenn ich jetzt Vollgas geben. Ja, aber du willst dir nicht Vollgas geben. Das musst du ja aufpassen, ne? Du musst ja vorsichtig sein. Okay, weißt du, ich mach mal ein neues Fahrzeug. Ich mach mal ein neues Fahrzeug. Ja, mach mal. Ich mach mir auch mal eins, okay? So, ich hab jetzt hier so ein alltägliches... Wobei, eigentlich bin ich zufrieden mit dem. Ja, dann fahr ruhig mit deinem weiter, ne? Fahr ruhig mit deinem weiter. Das ist ja kein Problem. Das kannst du ruhig machen. Was hast du dir geholt? Oh mein Gott, so ein... Alter, so ein Polizeiauto, oder was ist das? Nee, das ist ein normales, ganz cooles, entspanntes Auto, was auch richtig schnell fahren kann. So ein altes Polizeiauto. Ich hol dir jetzt auch ein, Alter. Glaub mal. Oh Gott, ich bin ein bisschen gecrashed mit dem Ding. Das lenkt jetzt noch ein bisschen an den Links. Oh Gott, die Engelkurven hier sind, ne? Nein! Mann! WAM! Alter! Oh mein Gott, Digga. Du brennst ja. So, ich bin direkt hinter dir, ne? Hau ab! Direkt hinter dir. Was los? Ich bin direkt hinter dir. Oho! Alter, hast du Drift gesehen? Ich bin... Direkt hinter dir, Kasper. Guck mir, aber zehnmal schneller als du. Guck, wie ich dich abziehe. Wann ist dein Wagen schneller als meiner? Guck, wie ich dich abziehe mit so einem Jeep, Alter. Weil dein Wagen immer schneller als... Oh, jetzt aber. Oh nein. Jetzt hast du Probleme. Jetzt! Oh Gott! Ja, nein, du hast dich weggezogen. Was machst du? Ey, au! Au! Oh, Mann, oh. Wir fallen viel so oft drunter, aber wir müssen mehr vorsichtig fahren. Okay, warte, ich muss hier wieder mich zurückdingsen. So, und auf die Straße. Okay. So, okay, ich komme auf. Ich bin wieder auf der Straße drauf. Ja, ich auch. So, direkt vor mir, ne? So, aus dem Weg hier, Kollege. Alter, bist du... So, lass ich dich. Ey, das darf nicht wahr sein. So, lass ich dich. So, kein Problem. Was? Oh mein Gott, hör auf, das ist... Das ist schlammlich, das ist der Rutschmann. Oh, Mann. Digga, wie schwierig. Der Rutschmann übert schnell runter direkt. Ehrlich? Ja, da musst du richtig... Jetzt wird es richtig schwer schon. Okay. Okay, kein Problem. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Genau. Ohne Probleme. Was machst du denn? Ja, Bro, wenn du so langsam fährst die ganze Zeit... Dreh mich mal, bitte. Ich habe mir Probleme. Nein! Das ist kein Ding! Ich konnte nicht bremsen. Ich konnte nicht bremsen. Nein, immerhin, immerhin. Ja, ich bin gleich neben dir. Alter, wie weit fällst du? Okay, komm, weiter. Oh! Zieh dich jetzt ab hier. Oh, okay. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich bin jetzt hier am Start. Kein Problem. Ich fahre jetzt hier ganz entspannt. Man muss hier vorsichtig fahren. Jetzt wirst du hier auch richtig grünschulig strecken, ne? Sehe ich gerade? Ja, man muss hier... Oh Gott. Oh, ich bin hier mit ein bisschen Geschwindigkeit gerade unterwegs. Mit ein bisschen Geschwindigkeit. Oh Gott, hier ist eine Rampe! Ein bisschen... Ey, was machst du denn? Ey, ich fahre voll Geschwindigkeit. Ey, ich hatte voll hohe Geschwindigkeit. Du machst einfach irgendwas komisches. Boom! Alter, ich rutsche... Oh! Das ist auch so zu sport, ne? Gegen den Baum dagegen. Ja, das ist so schratt. Okay, komm. Ja, das ist ja oben mit komischem Checkpoint hingelegt. Ja, ja, deswegen. Deswegen vor der Rampe kurz. Alter! Das ist hier ganz... Das ist hier ganz... Ein ganz dünner Draht! Nein! Nein! Ey, das darf doch nicht wahr sein! Bro, wieso ist das denn so schwer auf einmal, der? Wir müssen uns hier drüber konzentrieren. Aua! Aua! Ich habe mich komplett rumgedreht hier durch dieses Ding. Alter, verdammt. Okay, komm. Okay, ich bin wieder hier am Start. Ohne Probleme. Du hast schon einen schlechten Start hier gerade, Alter. Dann nimmst du hier halbe Rampe mit. Alles gut. Kein Problem. Oh Gott. Alles ganz easy hier. Easy, easy, easy. Ja, eigentlich, eigentlich, easy. Ja, nein! Oh, verdammt. Warte. Ich guck kurz wieder hoch. Warte. So. Warte, 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 warte. Ey, da war ich einfach... Da hink ich einfach... Keine Ahnung. Meine Bremser hat nicht gut funktioniert bei dem Ding. Ich glaube, dem einfach nicht gut funktioniert. So, ich habe gotter Checkpoint gesetzt. Das ist hier auf jeden Fall auch nicht easy. Komm, ich hieß auch so Steinrutsche, ne? Oh! Hör auf! Nein! Nein! Fertestell noch? Ich bin mitten im Dschungel. Alter, ich kann noch fahren. Ja. Du schaffst. Ja. Easy. Als wenn du es überlebst. Ja, wo bist denn du? Ja, ja, ich komme angefahren. Ich brauche ein bisschen. Musst du mich respawnen. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Du hast dich auch gerespawned. Nein, nein. Ich war hier schon. Oh! Oh! Dschungel Drift! Au! Aufhören! Loslassen! So, ich habe dir nur geholfen. Kein Problem. Ja, das ist korrekt. Korrekt. Danke, danke. Hier geht es nach unten durch. Alter, was ist denn hier los? Oh mein Gott. Deine! Oh! Oh! Nein! Oh, nein! Ich stieg auf den Korb. Rückwärtsgang rein. Hey! Au! Geholfen! Oh! Hey! Vorsichtig! Das ist ja übel schwer jetzt. Oh, mein Auto kommt gar nicht auf den Quark. Den richtigen Weg fahren. Oh, jetzt. Hier oben. Oh, hier oben komme ich gut lang. Hier komme ich gut lang, Kollege. Sagst du? Okay. Der ist halt so schwer. 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 Oh! Eine Riesenbanane. Meine gibt Vollgas. Hier sind so Häuser und Bananen und sowas, ne? Alter, was solltest du ein krasses Museum hier, oder was? Safari Park. Sie rengeht hier, oder wie das heißt? Oh Gott. Hier muss man lang gehen, okay. Oh Gott. So, kein Problem hier. Geht's lang? Wo geht's lang? Kein Problem. Oh Gott. Wo geht's lang hier lang? Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, verdammt. Stark wieder auf der Straße. Stark wieder auf der Straße. Starker Crash. Starker Crash. Weg da, Mann, ey. Haha. So. Zack. Oh, was für ein Drift. Da musst du erst mal umdrehen, ne? Oh, was für ein krasser Drift. Oh, ich bin schnell unterwegs. Oh! Oh, ey, was? Jawoll, sehr stark, sehr stark. Wichtig. Und jetzt komm ich den Berg wieder hoch, ne? Warte, ich komme. Ich bin auf meinem Weg jetzt gerade. Oh nein. So. Oh nein, Digga. Was ist da vorne? Oh Gott, Bro. Ich sag mal so, geh nicht vom Gas. Geh nicht vom Gas. Er sagt, geh nicht vom Gas. Du musst durchgängig Fullspeed geben. Du musst durchgängig Fullspeed geben, sonst kommst du nicht hoch. Ist das so? Oh nein. Oh Gott. Oh mein Gott, was ist das denn? Der Wasserfall. Wie ein Wasserfall. Nein. Bro, du musst mit Fullspeed durch. Ich komme mit Fullspeed. Oh nein, du musst ganz langsam durch. Kein Problem. Mit Fullspeed, mit Fullspeed, mit Fullspeed. Geh da weg. Ja. Geh da weg. Nein. Was machst du denn? Nein. Ey, jetzt bin ich mit dem Wasser irgendwo. Ich auch, Mann. Was soll denn das? Ich wollte dich nur runterstoßen kurz. Wäre doch nicht schlimm gewesen. So, diesmal noch mal durch den Wasserfall jetzt hier durchfahren. Ja. Kein Problem. Wie ein Brot hier langsamer hoch. Wie ein Brot hier langsamer hoch. Da hinter mir ist er also. Ah, ha, ha. Ah, jetzt schild's so. Okay. Alter, das ist jetzt ein bisschen schwierig, ne? Hier ist ein bisschen schwierig mit dem Sand und so. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, das ist übrigens schwierig sogar. Oh, das ist noch ein Wasserfall jetzt hier gerade. Ich sehe es gerade. Oh nein. Das ist noch ein Wasserfall. Oh nein. Hier lang, hier rum. Ja, auch gut. Oh Gott. Speed, 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 speed. Aus dem Weg. Stark, stark. Ja. Alter, jetzt geht's voll krass nach oben, ne? Ich frag mich, ob wir jetzt noch irgendwie auf dem Vulkan oben sind oder so. Naja, wir müssen halt auf den Berg oben drauf kommen, ne? Oh Gott. So, vorsichtig. Weiter, ja. Ich büße durch. Nach links. Sehr stark. Oh, nach rechts. Ey, du bist voll schnell. Alter, du bist voll am Gas geben gerade, oder? Ach, verdammt. Was sein? Lieg auf dem Kopf jetzt. Ach, verdammt. Oh mein Gott, gerettet. Alter, wie Glück du Gott hattest. Oh no, wie gerettet. Okay, sehr stark. So, kein Problem hier. Weiter, weiter, weiter. Oh, bloß ab. Oh, bloß ab. Ja, meiner ist leider nicht mehr so schnell, weil er schon ganz verbeult ist. Bro, das ist für eine schwierige Straße. Alter! Oh, wieso war da kein Schild? Nein, oh. Wieso war da kein Schild, enge Kurve oder sowas? Was ist denn du denn? Alter, ist mir das Auto passiert. Hallo. Okay, ich stehe wieder stabil. Oh, direkt hinter dir also. Direkt hinter dir, Kollege. Wie war das jetzt? Wo war die Kurve? Hier irgendwo, oder? Ja. Nee, wir waren gerade schon da. Oh Gott. Ey, mein Reifen! Hey, hör doch auf! Ah! Nein! Ja! Mano, was machst du denn? Sehr gut. Ja, kein Problem hier für mich. Kein Problem. Ah, mein schönes Auto. Dreckschrott. So. Alles entspannt. Komm, ich muss hier nur einmal kurz drehen. So, jetzt easy. Ah, ja. Aua! Mach der denn hier. Jetzt kann ich hier schön lang düsen. Boah, du aufs Gast jetzt langsam mal! Oh nein, du musst richtig langsam. Alter! Ich hänge im Baum fest. Ich sehe schon, dass man das richtig langsam machen muss. Was? Oh! Ich bin einfach im Baum. Ich hänge im Baum fest. Im Baum gerade, ja, Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, hier geht der schon weiter. Oh Gott. Oh Gott. ûbrensen, mornsen, 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 hier ist schlammig. Schlammig! Oh Gott. Oh Gott. Alter, ey, was? Was machst du? Du rückst hier runter. Oh Gott. Ey, Mann. Oh mein Gott, dass mein Auto hier auch so krass durchkommt. Dig, ich habe so Glück gehabt am Anfang, dass ich das Auto gezogen habe. Das ist zum Jeep Auto, ne? Guck mal, meins. Nein, so krass. Er passt hier so perfekt rein. Alter, meinst kann ich nicht machen. Du musst das mit einem Lambo fahren. Man hängt jetzt hier fest. kein offroad auto leider kann ich vielleicht ein seil rausziehen dass ich ziehen kann oder so das wäre krass ich glaube nicht sowas und nicht liegen vorsichtigen schlamm erzieher durch den schlamm gar kein problem gleich mal auf ich sehe nichts ich bin schlamm in meinem gesicht ich komme aber eigentlich ganz gut durch ja ich auch du musst auf jeden fall gleich noch richtig krass dürften da kommen richtig viele steine rechts und links und auch in der mitte ich sehe es gerade paar steine jetzt gleich achtung ich war hier mal außen lang links rechts hier ist das hier normal stark auch verdammt diese löcher in der straße drin aber ich glaube ich habe es gleich und so schwer durchzukommen das ist so schwer durch ich bin jetzt bei dir glaube ich oder wo bist du ich warte auf dich ok los weiter geht so ich bin noch mal so ein schlamm wasserfall oh gott oh gott aber schon wieder mit speed durch jetzt aber hier ein problem hier für mich kein problem mit meiner coolen karte voll am driften hier aber jetzt weiter weiter mein hat leider keine offroad energie hier die ganzen äste auch und so die liaren aber sehr stark ja weiter ich bin direkt hinter dir hier ist direkt der fluss oh mein gott angelegenheit also selbst wenn mein auto übelst wackelt geht da nichts kaputten aber mir ist aber auch heil muss sagen ich bin sehr sehr beeindruckt von meinem fahrzeug ja vielleicht etwas drauf so jetzt hier das so lange schon durch hält oh gott oh nein bei mir vorne ist die frontlücke kaputt aus dem weg weiter geht es weiter geht es hey das lässt sich ganz schrägen aus dem weg oh nein die löcher die schlaglöcher die war echt nichts für mein auto alter oh gott oh gott oh gott digga was macht denn meiner hier das hat aber nicht so gut funktioniert bei deinem nee also irgendwie war da ein bisschen bei der kupp war das bisschen zu weich die federaung glaube ich so egal wieder am start platz nach vorne brauchst du anschwung oder wat alter so einfach mit dem wagen hier ich schieb dich durch oh gott und überholen oh was ein manöver oh ich fahr auf der schnellstrecke jetzt jetzt geht's auf mir grad auf der schnellstrecke oh gott oh gott oh nein oh 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 nein doch nicht auf mich oh mein gott der war das knapp gerade ey jetzt häng ich mit meinem wagen in deinem fest ey ne oder doch häng ich grad schnell weg schnell weg schnell weg ich brauche ein neues fahrzeug meinst du ist blöd ich brauche ein neues fahrzeug ich brauche ein neues fahrzeug aber ich glaube du kriegst ein lambo oder sowas wahrscheinlich ne so mit dem bin ich zufrieden was hast du was hast du ach das glaube ich du hast den gleichen bus das ist einfach mit dem das ist einfach das ist übertrieben einfach mit dem der schaukelt sich aber immer ein bisschen auf ich sag's nur also da seid schon mal gewarnt guck mal wie schnell der ist ich weiß ja das hat ja was gebracht da oben ja kein problem er fährt immer noch du fährst damit auch ziemlich gut nicht schlecht komm mal ab jetzt komm mal ab da jetzt was soll das werden wenns fertig ist au 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 ja ganz toll nach oben wieder haben wir es mal gleich auf dem berg geschafft ich glaube wir sind fast oben ne ja ja wir sind gleich oben gleich oben wir sind fast oben auf dem berg oh god oh god guck wie hoch wir auch sind schon ne ist so krass oh god oh god oh god oh god der bounce hier richtig rum oh ich hab Angst hier oh die ist straße ich hab Angst die sieht gar nicht gut oh 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 die ist so schwer die straße oh 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 gegen den baum kein problem hau ab da jetzt okay du willst pfff wie schlecht alter er ist sofort unkorrekt du bist wie einfach gedingenst oh god oh god oh god oh god oh hier runter vorsichtig kollegen hier ist schon so ne brücke da hast du locker das ziel gleich oh ist das hier die drei röhren okay ich bin auf der brücke ich bin auf der brücke oh bremsen nein ich sag nicht immer bremsen oh oh mein gott digga ich sag doch nicht wahr sein hier eine der schwierigsten strecken du bist echt schlecht im autofahren oh mein gott was ist das denn jetzt für eine strecke nein wieso nein das siehst du gleich ey was bro das ist übel schwer ey und ich fall jetzt einfach ins wasser jetzt oder was oha 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 ja man alter ich komm ja nein NEIN oho oho Gott das kann was werden so ich bin auch wieder hier ist ja gar kein gar kein problem ja kein problem also wird das gleich geschafft haben nein steine nicht im weh oh gott okay so warte problem die kann ich mir gerne mitnehmen die steine weiter weiter hier lang komm schon jetzt ja voll speed so mit geschwindigkeit hast du mich denn überholt eben und ja wir haben es geschafft da das ziel oder was hier ist das haus da ist es gewesen freunde wenn ihr von der märze möchte das gerne ein like und aber das video aus einmal klicken haut rein bis morgen